Das Thema Krise in der Ukraine, Arbeiterklasse zwischen falschen Alternativen, die Ereignisse in der Ukraine seit dem letzten Herbst, bis hin zu den aktuellen Entwicklungen der Präsidentschaftswahl am letzten Wochenende und den jetzigen Auseinandersetzungen, werden wir natürlich nicht im Detail alle komplett diskutieren und auseinandernehmen können. Das ist hier nur ein kleiner Einstieg. Die Entwicklungen sind mittlerweile dermaßen komplex, dass wir, glaube ich, hier die Debatte nur anfangen können. Insofern seid bitte nicht traurig, wenn hier nicht alle Fragen letztgültig beantwortet werden können. Als Referenten sind Alex und Nina da, sie werden sich das auch noch selber vorstellen. Die Idee ist jetzt so ein bisschen, dass wir einsteigen mit der sozialen und politischen Situation in der Ukraine vor den Ereignissen vom Maidan und uns dann so weit wie möglich vorarbeiten. In der ersten Stunde werden Nina und Alex dazu was vortragen und wir haben dann gedacht, die zweite Stunde uns für Diskussionen, Fragestellungen und so weiter offen zu halten. Soweit. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ich bin Teil der Gewerkschaft der Autonome Union der Arbeiter und Arbeiterinnen. Vielen Dank. Und wenn man da passiert, ist es passiert, muss man die soziale politische Intervalle verstehen. Ich kann leider jetzt im Rahmen dieser Diskussion nicht die ganze Geschichte der Ukraine beleuchten oder befürchtigen, dafür braucht es einen eigenen Vortrag. Aber wir berücksichtigen die wichtigsten Ereignisse, die uns jetzt interessieren. Seit dem Zerfall der Sowjetunion, gibt es eine Situation in der Ukraine, dass es eine Situation in der Ukraine, dass es eigentlich überhaupt keine Arbeiterbewegung gibt. Also direkt nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es keine Arbeiterbewegung? Also in der Sowjetunion gab es einige Gewerkschaften, aber die waren alle unter der Kontrolle der Macht, also es gab keine autonome Gewerkschaften? Und natürlich, nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es auch schon immer unter Kontrolle der Ukraine. Also die Gewerkschaften, die vorher unter der sowjetischen Macht waren, waren dann nach dem Zerfall der Sowjetunion und unter der ukrainischen neuen Regierung. Also das war nur der Machtwechsel und die Arbeiter waren trotzdem unter der Herrschaftsklasse. ... ... Es war in der Mitte 1990s, in den Zeitpunkt, in der auf dem Post-Soviesk-Programm starten, die sehr stark veränderten die soziale-ökonomische Systeme, In 2020 gab es schon in dieser Post-Weltung der Machtwirtschaftspolitik-Reform und die Stilisie hat sich schon verändert. Diese Reformen, die in Russland und in Ukraine wurden in eine bestimmte Proteste, insofern von Russland. Die Stilisie war, obwohl es nicht politisch ist, war, aber es schlapen und nicht politisch. Aber es schlapen, dass in diesen Zeitungen in dieser Zeit reden, Aber es war einfach nur ein Verwaltungsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Verwaltungsgericht, ein Verwaltungsgericht, das nicht mehr Jahre alt wurde. Also es war in der Mitte der 90er-Gericht, es gab schon Bewegungen, also Anfang der Arbeiterbewegung, aber die waren nicht politisiert, es waren nur ökonomische Ziele, die da verfolgt wurden. Also es ging um, also es waren hauptsächlich von Familienarbeit. Nicht nur, aber hauptsächlich geschaut. Und es ging eben um Bezahlungen, um Gehälter, also nur wirtschaftliche Interessen. Ja, aber praktisch, diese выступления, natürlich, nicht die Verwaltungsgericht, aber sie, zum Beispiel mit der USA, fühlte sich die Verwaltungsgericht, dass sie die Verwaltungsgericht, um die Verwaltungsgericht zu machen, um die Verwaltungsgericht zu machen. Das ist, dass die Verwaltungsgericht in der 90er-Gericht, die Verwaltungsgericht, um die Verwaltungsgericht, um die Verwaltungsgericht in der Ukraine zu verändern. In Russland merkt man, dass sie schon einen Einfluss hatten auf diese Reformen, auf diese neoliberalen Marktprojekte. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Ukraine einfach mehr politische Wechsel gab als in Russland. In Russland ist der Präsident in einer längeren Dauer in der Macht. In der Ukraine war es so, dass in 1994 schon der erste Machtwechsel war. Also, dass der erste Präsident abgült wurde von Jürgen Kutschner. Ja, aber hier muss man feststellen, dass, natürlich, das alles произошло. Es ist schwierig, dass es eine Revolution oder eine Revolución war. Es war einfach ein gewisses Wahl. Aber es war eben diese massiven Herausforderungen der Arbeitgeber. Man muss sagen, dass es keine Revolution war. Aber man muss trotzdem berücksichtigen, dass die Arbeitgeberbewegung einen Teil dazu beigetragen hat, zu diesem Machtwechsel in 1994. Und dann war es dann noch eine gewisse Zeit. Und dann war es dann noch ein gewisses Mal, wo es die Arbeitgeberbewegung in der Ukraine ist. Und das Revolución war in anderen Regionen, aber auch in der Ukraine sehr aktiv waren. Also dann nach diesem Machtwechsel gab es eine Zeit relativ hohe, es gab nicht viele Basile-Arbeiterbewegungen, es gab dann nur im Osten der Ukraine bestimmte Orte, in denen sich das konzentriert hat, und besonders in die Milen-Arbeiter. Aber dann, in den Anfang 2000-jährigen Aktionen wurden, die mit dem sogenannten Ukraine bezkutsch. Diese Aktionen wurden initiiert durch die Sozialistische Partei Ukraine, in dem Moment war es eine wichtige politische Sile, jetzt ein politischer Trup. In den 2000er Jahren gab es in der Ukraine sehr viele Aktionen oder Stimmungen gegen Kutschma, also Ukraine ohne Kutschma, der was ein nationalistischer Präsident. Nicht ganz. Er ist selbst aus Dnepropetrovsk und spricht in seiner komischen Mischung aus ukrainisch, weißrussisch und russisch. Viele glaubten, dass er gar nicht nur ukrainisch kann. Aber dann kam es, dass der Sprache, den er sprach, ist ein wirklich existierter Dialekt, mit dem er in der Familie gesprochen hat. Also Sie sind darauf gekommen, dass er einfach nur in seinem ganz speziellen Dialekt spricht, den alle sprechen in dem Moment.